Ich begrüsse euch bei der Firma Comox AG in Diericke. Ich bin Jan Portmann, bin im dritten Lehrjahr als Fachmann Betriebsunterhalt. Falls ihr mehr über den Beruf erfahren möchtet, kommt doch gleich mit. Die Haupttätigkeit beim Fachmann Betriebsunterhalt sind die Reinigungen im und am Gebäude, kleinere Reparaturen sowie Umgebungsarbeiten wie z.B. Rasenmaier. Als zukünftiger Fachmann Betriebsunterhalt solltest du handwerkliches Schick haben, körperlich robust sein, flexibel und kontaktfreudig. Die Hauptpunkte der Schule sind die Abfallbewirtschaftung, Gefahrenstoff, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz. Das Schöne am Beruf ist, dass man abwechslungsreiche Arbeit hat, man kann mit den Leuten der Firma in Kontakt und kann draussen wie drinnen arbeiten. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewirkt euch doch als Fachmann Betriebsunterhalt für die Firma Comox.